Was ist das Landcruiser? Er ist insofern besonders, als dass er das erste Fahrzeug ist, das wir exportiert haben. Damit fing für Toyota quasi die Erfolgsgeschichte Toyota an. Wir haben mit dem Landcruiser mittlerweile über 170 Länder bedient. Es sind unzählige Varianten, die weltweit rumfahren. Ein Großteil der allerersten fährt, wie wir hier sehen können, auch heute noch rum. 60 Jahre ist eine erstaunlich lange Zeit für ein Modell, für ein Produkt, das über 60 Jahre lang so fortwährend entwickelt wird und immer am selben Grundkonzept festgehalten wird. Das ist eigentlich eine außergewöhnliche Geschichte im Automobilbau. Wir haben hier eine ganz einfache, ganz simple Konstruktion, die sich bei Geländewagen immer bewährt hat. Starrer Leiterrahmen, zwei Starrachsen, Allradantrieb, aufgesetzte Karosserie. Viel mehr ist eigentlich gar nicht dran. Und einiges davon, von diesem bewährten Grundkonzept, steckt auch immer noch im aktuellen Landcruiser. Es ist immer noch ein starrer Leiterrahmen drunter. Es ist immer noch, zumindest hinten, eine Starrachse. Vorne hat er mittlerweile Einzelradaufhängung. Und es ist immer noch eine aufgesetzte Karosserie und Allradantrieb, wenn auch mittlerweile permanent und nicht mehr zuschaltbar wie damals. Also der Lenkkruiser hat ja einen höheren Schwerpunkt und als Rallyefahrer fährt man halt auch gern quer. Und den kann man halt auch, wenn man will, als Fahrer in einen instabilen Zustand setzen. Und dann kann man auch riesen Spaß haben, wenn man sportlich fährt und halt dann auch noch ein paar PS-Zahlen unter der Haube hat. Der Lenkkruiser ist an sich ein Go-Anywhere-Fahrzeug. Das heißt, ich steige ein, ich steige irgendwo wieder aus und mache mir aber zwischendrin keine Gedanken. Wo fahre ich eigentlich durch? Und dieses Grundkonzept des einfach zuverlässig sein, zuverlässig Fahrertransportpersonen von A nach B zu bringen, das hat es bis heute durchgezogen. Und mittlerweile in 60 Jahren, über 60 Jahren Entwicklungsgeschichte wurden weit über 6 Millionen Fahrzeuge produziert, die in 178 Länder exportiert wurden. Das ist eine ganzamtliche Zahl. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.